Oh, es dauert noch ein bisschen. Ah, ich glaube, der Stream ist online. Hi, Leute. Und herzlich willkommen zu diesem Stream. Das erste Mal auf dem Handy. Und ja, falls ihr euch irgendwie fragt, dass ich manchmal mit Leuten rede oder so, das ist dann, weil ich noch gerade auf der Playstation in einer Party bin. Und ja. Ah, Felix wollte Moin schreiben und hat Moin geschrieben. Oh mein Gott, Lukas. Lukas, warte mal, wer im Stream ist. Ja, hallo? Wer gerade alles im Stream ist? Felix hat MG geschrieben. Ich weiß nicht, was MG heißen soll. Ich weiß nicht, ob es OMG heißen soll. Oder so. Okay, ich habe die Nachricht bekommen, es kann zu Störungen ein bisschen kommen. Also, okay, wundert euch nicht dann. Äh, Luki, welchen Brawler soll ich nehmen? Irgendwie ist jetzt nur noch einer im Stream. Ich weiß nicht, wer. Ah, äh. Äh, äh, Dings ist drinne. Nicht Felix. Ähm, okay. So. Welchen Brawler soll ich nehmen? Okay. Dann nehme ich einfach El Primo. Hallo, Felix. Also ich, ja. Etwas. Okay, jetzt ist auf einmal kein Zuschauer mehr. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Leck ist oder so. Sonst, ja. Boah. Äh, nein. Lukas, wir werden sterben. Wir werden sterben. Oh, mein Gott. Fortnite-Update? Ich weiß. Ähm. Ja, wer auch immer jetzt hier noch kommt, kann auch mitspielen irgendwie. Äh, wen soll ich nehmen? Jackie auf jeden Fall. Ey. Warte, ich mache mal Sound kurz an. Weil ich habe den nur aus. Äh. Ah, lol. Was? Irgendwie, sie ist doch noch da. Aber bei mir wird 0 angezeigt. Irgendwie. Da wird, ja. Ah, jetzt wird 1 angezeigt. Hat irgendwie, sie hat irgendwie gerade geschrieben, geht ab. Digger. Oder was geht ab? Okay, mach einfach ready. Oh, Alter. Die Sounds. Oh, nö. Jetzt sind die Sounds, die Sounds sind so abnormal laut. Ich entschuldige mich. Jetzt schon. Ach so, ja. Stimmt, aber es ist ja keine Musik an. Boah, Alter. Kann ich den Sound hier irgendwie leiser stellen? Ja. Oh, nee. Es geht irgendwie doch nicht. Okay, nächste Runde stehe ich den Sound leiser. Äh. Oh, Junge. Das ist einfach ein Spike mit 10 Cubes, Digga. Kann man sich gönnen. Den muss man aber nicht. Oh, nö. Nee, gar keine Lust gerade. Nee. Oh, ich dachte, da wäre eine Wand. Lukas. Nein. Ich bin tot. Oh ja, 200. Nein. Ey, es war so knapp. So, ich gehe jetzt erst mal. Äh, warum? Na, mache ich halt einfach die Sound-Effekte aus. So. Ähm. Ähm. Boah, Junge. Wir sind einfach bester Platz. So. So. Ja, der ist. Oh. Ah, das war irgendwie ein bisschen knapp gerade. Okay. 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 Oh, wir haben 10 Cubes. So. Bei mir wird jetzt wieder 0 angezeigt. Aber das stimmt wahrscheinlich wieder nicht. Ich jage gerade eine andere Jackie. Und noch Tara. Nein. Ah, das war so knapp. Ich hatte 500 HP. Okay. Huch. Wenn jetzt irgendwie noch einer da ist, dann schreib mal. Och, ne. Lukas, wo bist du gestorben? Sag mal, du guckst mir doch zu. Dir? Unten? Wo ist der? Hier ist echt einer drin. Ja. Wie er in die Zone rennt. Wo ist der? Tch. Wer war irgendwie... Oh ja. Schreib mal, wer ist der? Das ist wahrscheinlich safe. Einfach du. Äh. Okay. Wer auch immer drin ist, schreib mal irgendwas. Mach... Mach nochmal. Mach nochmal. Mach nochmal. Ich hoffe, es kommen mal wie bei Enno auch noch so ein paar neue Leute irgendwie. Welche, mit denen ich auch so zocken kann. So geil. Ich hab einen Daryl getötet. Äh. Och, hier unten. Der El Primo. Der kleine El Primo. Und der Sprout. Der Sprout. Der kleine El Primo. Der kleine El Primo. aka. Vielen Dank. Ich versuche den Dachl umzubringen. Wenn jetzt noch irgendwer da ist, dann schreib mal was. Also ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es einfach nur bei mir komplett leckt. Ach, meine Ult. Ja, lass ihn sandwichen, wir sandwichen ihn. Oder so. Äh, was? Sein Lack. Sein Lack, Alter. Und sein Mate hat auch noch Gale. So, weg mit dem. Yay. Warte, ich guck mal, bin ich eine Stufe höher? Weil dann, nö. Ich muss ein bisschen zocken, weil ich bin bald Stufe 20 und dann krieg ich ja eine Megabox. So, warte, was muss ich noch auf... Ne. Quests. Was muss ich noch machen? Ah, noch ein Match mit Jackie gewinnen. Und im Showdown-Modus gewinnen und Gegner kühlen. Okay, mach ready. Ich muss noch einmal mit Jackie. Aber ich glaub, ich spiel trotzdem mit Jackie weiter, weil die einfach OP ist. Das ist mein Lieblings-Brawler. Die kann durch Wände schießen, macht ultra viel Damage. Schon mit dem ersten Tube über 1000. Hat gute Range. Oh, Junge, der Typ, Alter. Och, die ganzen Werfer. Die ganzen Behindertenwerfer. Die ganzen Behindertenwerfer. Yo. Das weiß ich auch nicht, aber wer ist jetzt noch im Stream? Das würde mich ein bisschen interessieren. Mach ready, direkt noch ins Spiel. Jetzt ist wieder niemand im Stream. Ich verstehe es nicht. Irgendwie ja switcht ihr dauernd. Ich weiß es aber nicht. Kann auch sein, dass er doch nur laggt. Felix, kannst du mal im Stream gucken? Ist Eno da? Ey, der hat zwei Leben. Er hat zwei Leben. Lukas, bitte töte ihn. Er hat zwei Leben. Ich werde jetzt getötet. Mann, wo bist du denn, Alter? Lukas, bist du überhaupt noch im Spiel? Bist du noch im Spiel? Hä? Ach, Mathis Werner ist in meinem Stream. Oh, dieser. Ich will ihn einfach nur töten. Ach, danke. Ich habe ihn so lange verfolgt. Lukas, bist du noch im Spiel? Ach, da bist du. Diese Junge. Lukas, stell dir vor, das wäre jetzt so im Stream. Ah, Mathis Werner hat jetzt einfach Werner drinnen geschrieben in den Stream. Ja, ich weiß das. Ich weiß, wer du bist, Mathis. Warte, was habe ich? Nein, ich wollte das nicht, das, äh, nimm das nicht ernst. So, mach ready. Pam. Achso, ich dachte gerade, ich war so dumm und dachte, Pam ist Piper. Wollte schon so sagen, Alter. Oh, Junge, wir spawnen immer hier. Wir spawnen immer hier, aber hier sind auch immer richtig oft drei Clubs, Alter. Das ist halt geil, Digga. Doch, da ist noch ein Jacky. Ach, komm schon. Sterb doch. Bitte. Nein, ich bin tot, Lukas. Wir werden diese Runde so verbieben. Oh, der weiß, wo du bist. Ich will, Lukas, lass uns sehen, einfach töten. Und das ist mein Ziel für diese Runde, dass ich diesen Typen töte. Ja. Ja, aber dafür kann ich nichts. Das ist halt so. Ah, jetzt hat sie Angst. Jetzt hat sie Angst, ne? Jetzt hat sie Angst. Aber jetzt stirbt sie. Nein. Ja, ich hab sie noch getötet. Ich hab sie noch getötet. Oh, äh, Luca hat mich in eine Party eingeladen. Äh, könnt ihr ihn mal einladen? Okay, wir sind Platz zwei. Ähm, äh, Lukas, jetzt kannst du ihn doch kurz einladen. Äh, wer... Okay, es sind zwei Leute im Stream. Äh, schreibt mal, wer also Felix ist. Das weiß ich, glaube ich. Und wer noch? Hast du ihn eingeladen, Luki? Ja, bei er joint einem irgendwie... Ja, gefühlt schon. Ah, Luke, Luca, äh, hier... Lukas hat dich gerade eingeladen. Du kannst, äh, uns joinen. Ich... Mathis... Ah, hi, Luki. Äh, oder Luca. Okay, ich hab einfach Luki gesagt. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich mach... Ja, äh, du weißt, dass ich einen Stream mache. Jetzt sind drei Leute im Stream. Jetzt nur noch zwei. Irgendwie switcht das auf... Mal... Warum krieg ich jetzt eine... Äh, Nachricht... Random? Äh, so, dass irgendwelche Leute von meinen... Ich wollte nicht meine Ulti machen. Mann. Nein, ich sterbe jetzt, weil ich aus Versehen meine Ulti gemacht habe, obwohl ich sie gar nicht machen wollte. Also, Lukas, mich verfolgt... Mich... Ich werde verfolgt. Äh, nein, Lukas. Wir müssen uns verteidigen. Welche zwei Leute sind... Ja, okay, ich weiß, glaube ich, welche drin sind, aber... Egal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Puh. Oh nein. Lukas, wir müssen die holen. Lukas, die ist low. Low, 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 low. Die ist low, low, low. Oh, wir sind gleichzeitig aber gespawnt. Oh, aber die hat noch ihr... Nein, ich bin schon wieder tot. Was ist das? Ohne, wie die nur auf mich schwitzen. Aber wir werden eh verlieben. Nein. Nein. Oh, solche... Keks. Wie soll das denn bitte gehen? Okay, ich öffne jetzt meine Mega-Box. Häh, sechs verbleibt. Ist das ein Brawler? Nö. Gadget. Ich hab ein Gadget. Ich hab ein Gadget. Ich hab ein Gadget. Ich hab ein Gadget. Ja, bei mir steht zwei. Aber das ist hier Matzes, Werner. Äh, Lukas, warum hast du hier so ein Ding ist einfach liegen gelassen? Oh, es leckt komplett bei mir. Noch Matzes. Matzes, Werner hat mich gerade einfach angerufen. Matzes, ruf mich bitte nicht an. Bitte ruf mich nicht an. Okay? Ja. Oh, Lukas. Oh, gekleppt. Wie der einen Cube hat, ne? Ich will die beiden halt nur einen Cube haben. Regt mich so auf. Ich will die, den mit meiner, mit meinem Gadget kühlen. Warte mal, Lukas. Jetzt hab ich wieder zwei Zuschauer. Oh, Mann. Oh, Mann. Und wahrscheinlich Matzes, werner. Leute, ich weiß, der Stream geht erst 20 Minuten. Aber ich mach jetzt mal kurze Pause, weil ich essen gehe. Und danach komm ich wieder. Okay. Und dann, ja, bis später, Leute. Ciao. Erstmal. Warte. Ja, ich mach mich einfach auf Stumme im Stream, falls irgendwer schreit oder so. Und dann, ja. Bis später. Ja, ich mach mich einfach auf Stumme im Stream. Ich bin doch nicht essen. Alter. Und ich hab mir voll mein Zeh gerade gestoßen. Gerade? Okay, ich spiel jetzt ein bisschen Minecraft-Server, Leute. Äh, ah, jetzt sind's auch wieder zwei. Ah, Luki. Ja. Was? Minecraft? Ich bin grad auf meinem Handy, Minecraft. Ich würd sagen, wir gehen mal auf The Hive. Oder könnten wir nicht, äh, irgendwie, dass du mein Handy als Account, äh, als Freund addest und adde, 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 adde. Ja, okay, wenn du möchtest. Ich zock dir ne Runde Mörder. Du kannst ja, äh, adde, 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 add Steht noch nicht, erst wenn das Spiel gestartet ist. Ja, war so klar. Ey, das ist so, ich bin ultra oft, ne, wenn ich hier in diesen Raum gehe, springt mich so ein Mörder von hier oben an und schlägt mich. Das hab ich so oft. Ey, wer auch immer das ist, mach mal, ich will mich nicht selbst hören die ganze Zeit. Was? Der Sheriff ist tot, der Sheriff ist tot und ich glaube, er wurde direkt hinter mir umgebracht. Ich meine, warte, es... Nein, es werden gerade richtig viele umgebracht. Okay, ich weiß, oh, die Unschuldigen haben gewonnen. Ja, das hab ich nicht oft, das ist einfach so direkt, äh, der Mörder. Okay, den hab ich nicht mal in der Runde gesehen. War jetzt nur noch ein Zuschauer, aber... Och, Mathis. Mann, Mathis ruft mich die ganze Zeit an. Jetzt leckt es, es leckt, Lukas. Es leckt komplett. Oh, jetzt wurde ich rausgeschmissen. Es leckt einfach absolut komplett. Ja. Ja, mein deutsches Rundfreund. Aber egal. Ja. Dann nächste Runde Mörder. Für Mörder ist immer nice. Wie hier einfach so ein Polizeichef ist. Was ist? Natürlich war es schon... Nicht dreimal oder so. Aber meine Stats hier. Eigentlich, äh, war ich, äh, schon öfters da. Aber ich hab einmal Minecraft gelöscht und wieder runtergeladen, weil ich, äh, es schaffen wollte. Warum ist meine Chance auf Sheriff jetzt bei 0,5%? Eben war sie noch bei 11. Ja, ich weiß nicht. Manchmal ist das irgendwie komisch. Also, unschuldig. Aber die, die Map ist geil. Hier, hier. Die Map ist halt geil. Aber ich, man darf nicht in diesen, äh, Gang da reingehen. Weil da immer ultra viele Mörder sind. Die hocken da einfach. Aber, ich meine, hier wurden gerade welche umgebracht, oder? Ich weiß es nicht. Ich hab hier, ich hab eben gehört, wie irgendwer, äh, direkt welche umgebracht hat. Aber das ist immer ultra kacke. Äh, manchmal die, die Mörder. Oh, der Sheriff ist tot. Äh, die Mörder, hier, sind manchmal so, dass hier am Anfang direkt alle killen. Oh nein, da ist der Mörder. Ich war so behindert. Genau hier. Hast du's nicht gesehen? Der stand da mit dem, ich bin tot. No. Ja, der stand da mit dem Messer einfach so vor der Tür. Und die anderen haben alle vor der Tür gewartet. Oder so. Keine Ahnung, warum. Und ich bin einfach reingegangen. So, ich hab wieder zwei Zuschauer. Irgendwie wechselt das die ganze Zeit. Jetzt hab ich wieder 0,6 Chance. Obwohl ich eigentlich erst, ich hätte jetzt eigentlich 14% Chance, oder so. Aber irgendwie hat's keinen Bock. Oh, die Map ist auch geil. Da gibt's so... Dinger, wo man durchgehen kann. Und hier durch. Nö, ich bin nur unschuldig. Ja, okay, der Stream ist wirklich ein bisschen verzögert. Ja, ich... Es gibt noch so einen komischen blauen Raum. Den seh ich nur ultra selten. Und der ist aber eigentlich ultra geil. Oh, ich... Irgendwie manchmal, Digga, versuch ich hier durch irgendwelche... Ich weiß, es gibt hier so... Oh, nein. Ich weiß, man kann hier durch die Bücherregale gehen. Hier, warte. Ich glaub, das ist der hier. Ja, hier. Guck gleich. Auch Mathis Werner hat mir schon wieder eine Nachricht geschickt. Ich weiß nicht, was er möchte. Okay, Leute, ich mach kurz den Ton weg und hol mir die Nachricht an. Ich hör mir die doch lieber nicht an. Na, was? Digga, ich hab ne Facecam aus Versehen gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Hast du es gesehen? Ja. Digga, warum ist meine Chance auf Sheriff jetzt wieder bei 1? Irgendwie passiert es mir ziemlich oft im Moment, dass ich das mache. Ich frag gleich meine Mutter, ob ich das immer machen darf. Hey, die Map hab ich noch nie gezockt, glaub ich. Doch. Doch. Oh, ja. Oh, ja. 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 Weil Eno das auch gemacht hat und er hatte 5000 Aufrufe darauf. Ja, ich weiß. Ja. Boah, es lag irgendwie ein bisschen. Oh nein, oh nein. Hier irgendwo ist der Mörder. Ich. Weil dann kann man wahrscheinlich auch auf Playstation-Normal-Server spielen. Oh Mann. Der Typ war Mörder. Okay, Mathis, jetzt hör es dir an. Warte. Ich mach Stumpf. Ich, das war ja auch ähn очень. dann auf jeden Fall noch mal Leute bleibt auf jeden Fall dran vielleicht kann ich heute noch wenn ich esse frage ich mal ob ich jetzt eine Facecam machen kann in Steam und dann oder ich würde sagen ich mach das so ein extra Video weil dann lohnt sich das mehr oh nicht schon wieder die Map oder ich könnte auch einfach so machen bei 100 Abonnenten zeige ich mich wie so andere YouTuber bei einer Million sich nicht mehr zeigen und ich sage so ja bei 100 Abonnenten ein bisschen behindert aber ja soll ich dir sagen wo Basti manche Abonnenten her hat Discord ich weiß so ein Typ hat ihn abonniert und alle seine Videos geliked oh Matsus Werner hat mir schon wieder eine Sprachnachricht geschickt ok ich mach wieder auch stumm warte ich kann irgendwie den Stream nicht stumm machen es geht nicht der nimmt das nicht an ok dann halt 5 5 2 1 ich 5 1 5 2 7 8 x 9 ok matthes werner hat hat matthes werner hat ich kann das nicht wieder weg machen am bonen ich krieg dir die mühle alles nicht weg oh nein was bin ich hier wieder ja nein okay ich bin jetzt so mitten in der runde und sie sind nein hatte den schwert in der hand die unschuldigen haben diese runde gewonnen okay wer ist gerade im stream der kann jetzt mal irgendwie schreiben aber leute ich würde mal sagen ich gehe mal kurz zur lobby nein ich wollte hier zur lobby nein er hat das er kann das nicht weil da ist ja keine werbung drin er hat kein geld bekommen so ich versuche jetzt mal meinen naja leute ich mach mal kurz ich möchte eigentlich mal kurz meinen den nur pause machen wie geht das naja oder 60 stream einfach kurz beenden leute ich würde sagen ich beende den stream kurz ihr könnt gleich wieder rein gucken ich versuche nur kurz das zu verbinden mit meinem handy weil dann kann ich auch viel besser zocken und ja bis gleich